Unser größter und schwerster Kollege. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder ein Bär ist. Er ist ein großer Mann. Ja, ein Mann ist ein Fridge. Er ist unser Teddybär, würde ich sagen. Er ist einfach ein Riesenmensch und genauso groß wie er ist. Genauso liebevoll und gutherzig ist er auch. Der Allrounder, der kein alles. Wichtigster Mann wahrscheinlich hinter den Kulissen. Richtig netter Typ. Ein sehr schöner Mann. Er arbeitet wirklich hart. Die Spieler appreciaten wirklich das, was er macht. Die Kabine würde auf jeden Fall anders aussehen. Unordnung ist auch etwas, was ihn nicht so erfreut. Alles in Ingresstadt würde anders aussehen, wenn er nicht da wäre. Er macht den ganzen Scheiß, den wir vergessen, räumt uns hinterher und kümmert sich um die Mannschaft. Er ist generell ein ziemlich positiver Mann. Er ist immer in der besten Mood, jeden Morgen. Nichtsdestotrotz, immer in einem guten Mood. Man hört ihn oft singen. Ab und zu tanzt er mal ein bisschen in der Kabine. Er kommt rein, verbreitet gute Stimmung. Eigentlich meistens oft. Ja, doch. Meistens ist die Stimmung gut, wenn man nichts braucht von ihm. Es ist eigentlich auch so ein bisschen Tagesform abhängig und es hängt auch sehr davon ab, wie wir spielen. Also nach einer Niederlage würde ich jetzt auch nicht zwingend nach irgendwas fragen. Also am schlimmsten, dass eigentlich immer wieder runtergehst und einen neuen Schläger braucht. Oder zweimal um den Schliff zu betten, ist auch gefährlich. Gegen Straubing verlieren, der ist er, glaube ich, immer sehr sauer. Wenn wir eine Siegesserie haben, dann schnell alles holen, was man braucht, weil man weiß nie, wann der Turb wieder vorbei ist. Er ist ein bisschen bestechend, trinkt sehr gerne Bier, also mit einer Kiste Bier. Da kriegst du eigentlich fast alles, würde ich behaupten. Er ist ein ziemlich großer Fan von Bavarian Bier. Und Fug. Und Fug, ja. Ja, unser vierter Trainer. Den hört man auch das ein oder andere Mal auf der Bank rumschreien durch, oder? Den hört man schon mal, ja. Ja, wenn man da vom Wechsel zurückkommt, dann kriegt man auch manchmal einen Tipp, was man besser machen könnte, wie man die Tore schießt. Es ist sicher auch nicht so schade, uns zurechtzurücken, falls mal was nicht so ist, wie er es gerne hätte. Er macht sicher, dass du keine Probleme hast als Spieler und du kannst nur auf dem Spiel fokussieren. Ja, das ist ein bisschen schwerer. Ja, das ist ein bisschen schwerer, aber er kann wirklich guter Massage machen. Kann er? Ja. Ja, das ist eine der andere Team. Kind of weird. Ja, hat es auf seinem Resumme.